Hi, mein Name ist Dominik und in diesem Video möchte ich euch den ersten Quick-Tipp sozusagen für Self-Publisher geben. Und zwar ist es ja so, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ja schon eine Playlist, wo ich diverse ausführliche Tutorials habe für Self-Publisher und ich habe mir gedacht, ich komme so viel in Berührung irgendwie mit so kleinen Tipps und Tricks, die super wissenswert eigentlich sind, dass ich da auch zumindest mal so ein oder zwei Videos machen kann. Vielleicht wird ja sogar auch eine Serie draus. Und in diesem Video soll es um das Thema Schusterjungen gehen. Und zwar starten wir einfach mal folgendermaßen. Wir schauen uns an, was Wikipedia zu diesem Thema sagt. Und wenn ich das jetzt hier vorlese, dann werde ich wahrscheinlich hier einige Wörter wegpiepsen müssen. Aber das sind tatsächlich diese Fachbegriffe, die man dafür verwendet. Und zwar geht es hierbei um ein typografisches Phänomen, was unästhetisch ist und was eigentlich auch als Fehler angesehen wird in Büchern, was man also vermeiden sollte. Also hier steht und Schusterjunge sind in der Typografie zwei unterschiedliche, aber verwandte Typen von Satzfehlern, die den Leserhythmus stören und unästhetisch sind. Und wenn wir das jetzt hier anklicken, also hier haben wir nochmal die Differenzierung zwischen diesen beiden Begriffen hier weiter unten. Das will ich jetzt aber nicht vorlesen. Ich klicke dieses Bild mal an, um euch dieses Phänomen oder diesen Fehler zu zeigen. Und zwar auf der linken Seite sehen wir, wir haben hier die letzte Zeile. Das ist ein neuer Absatz, der anfängt, aber der fängt am Ende an und hat nur eine Zeile und geht dann auf die nächste Seite rüber. Und auf der nächsten Seite wiederum das ähnliche Phänomen, dass die letzte Zeile eines Absatzes auf der neuen Seite beginnt. Und das würden wir gerne vermeiden. Jetzt kann man natürlich Folgendes machen, dass man einfach sein gesamtes Buch durchschaut, von oben nach unten durchscrollt und irgendwie händisch dann einfach, also hier sehen wir zum Beispiel, hier habe ich das auch, die erste Zeile eines neuen Absatzes ist gleichzeitig die letzte Zeile auf der Seite. Jetzt könnte man natürlich irgendwie hergehen und einfach Enter drücken und künstlich so irgendwie eine Leerzeile erzeugen. Es gibt in Word aber eine viel bessere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und zwar, wenn ihr auf Absatz klickt, bzw. ich werde das anders machen. Ich mache das einfach global, weil ich ja hier mit Formatvorlagen, also diesen Formatvorlagen hier in Word arbeite. Und dieser Text basiert auf diesen Formatvorlagen Haupttext mit und ohne Einrückung. Und ihr könnt das Ganze, jetzt hängt er hier ein bisschen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder macht ihr das hier über Absatz, dieses Fenster, was sich öffnet, dass ihr hier bei Absatzkontrolle dieses Häkchen setzt. Oder aber, wenn ihr über die Formatvorlagen Kacheln geht, dass ihr da eben bei den Kacheln über Format, Absatz und dann eben bei Absatzkontrolle dieses Häkchen setzt. So, das mache ich jetzt auch noch. Da ist es gesetzt. Okay. Und wir sehen jetzt, wenn wir das Dokument uns anschauen, hier ist diese letzte Zeile verschwunden. Die ist automatisch auf die neue Zeile rübergesprungen. Ja, das soll es schon gewesen sein zu diesem Quick-Tipp für Self-Publisher. Wenn ihr euch für das Thema Self-Publishing interessiert, ich habe übrigens auf meiner Webseite auch Taschenbuchvorlagen für Self-Publisher, die ich zum Kauf anbiete. Aktuell sind es fünf. Durchaus möglich, dass da noch ein paar dazukommen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, werde ich auf jeden Fall auch einen Link unterhalb des Videos hinterlassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.